Mit dem Ausladen Digga, wie soll ich dich mit der Scheiße killen? Ja, ich hab mich mal voll aufm Kopf mit deinem Frieden Oh, voll verkackt, voll verkackt Digga, die Auflapper, die sind so eine Scheiße Die sind jetzt da ausspielen Wir gehen, oder? Ditte, bitte, bitte Ich lasse die Zellen Gute, bitte Ich lasse Ich lasse den Oula von Kopf. Digger, wie schlecht ist die MP auf der Stanz? Da bin ich auf dem Kopf bei dir dran. Was? 184er Schaden und du kannst doch gar nichts mehr haben? Jawohl. Ich habe einen OZ gehabt. Jetzt bin ich nicht mehr hinter der Mauer gekommen. Jetzt sind die einmal gegen mich selber. Ich bin gerade in einem Fall. Die machen halt alle so wenig Schaden. Ich versuche mal ein bisschen auf den Kopf zu trainieren. Ich habe sogar jetzt extra das Nachlaufen auf gehört, dass ich noch mal laufe. Ich dachte, das könnte sein, dass es mich noch genau erwischt. Ja, voll scheiße. Alter, habe ich gerade mich schwer getan, auf die drauf zu bleiben. Ja, ich sehe dich schon gar nicht mehr. Ja, ich sehe dich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Jetzt geht es dann. Pfff. Pfff. der wirklich da habe ich 0,0 autofokus ist es auch so ms ist jetzt war ich voll auf die drauf die wieviel schluckst du noch ich denkst du bei dir gerade auch ich bin voll auf dem kopf jetzt kann ich nicht mehr auf die gab wie aufzeige jetzt habe ich dich jetzt erwischt es ist die maschinenpistole die kleine ja das ist die uzi gell ja die ist auch scheiße nee die ist stark das ist echt schwer aber nicht hier wieder schlitzend ich bin da eh niemand einen aufgetragen als ob du nur noch so wenig hattest ich hab echt fast nix mehr genau gleichzeitig getauscht du kannst doch gar nix mehr klappen ich hab 150 noch ich verliere und hab's nicht geschneit ja und ich hab voll in deinen Schädel geschädelt ah lauf doch oooh Digger wie viel hast denn du noch kriegt man da jetzt eigentlich lebend dazu kriegt man da eigentlich lebend dazu ja was Was? Ich steh hinter der Mauer, wie kannst du mich kümmern? Ne, schulter, schulter, ich hab dir was gescheit. So kleine Schüsse, die haben aber immer so... Nein, die Sekunde ist spätgeschossen. Das war von mir kein Kopfschuss, das war aus der Hüfte komplett auf dir drauf gewesen. Aber im Bauch halt. Ranger. Digger, du überlebst drei Schüsse mit der Pumpgun. Das ist ein Witz. Ich geh aber auch mal hin und her. Ja, ich treff dich aber trotzdem. Das ist ein Witz. Ja, das ist ein Witz. Ja, das ist ein Witz. Da-da! Oh ne, nicht Pistil! Pistil ist nicht mehr so schlecht. Mit mir war die Gründe gar nicht so schlecht. du bist jetzt fest ich bin immer so schlecht mit ich hab dich ich hab die peter vorgekappt wo du die mini gang gehabt hast ich hab's gemacht oh nein tschüss dicker ja faustfeuerpistole ok das sind ja keine hinten lang ja wie geht du kannst doch gar nichts mehr haben ich hätte schon so viel gedrückt 200 200 das hat sich dein Leben wieder auflädt oh ich glaub ich hab fast ein Ei in dein Ei für eins der schlechtesten Waffen geranger shock gun da werden wir jetzt gleich wieder sehen wenn ich den Hebel repetiere ich war voll auf deinen Kopf Lull Digga ja das ist dieses Schild das sieht ja in der Arbeit grad war ich grad hätt's ich sag ich bei dir nicht wieder aufladen dürfen um wie hast du gerade ne egal sag's mir drauf ah ich mach keinen Unterschied ob ich sie sie oder so ich hab eigentlich deine Hälfte von den Körper gesehen ober drauf wie es jetzt so wenn er noch so halb hinter der blaue steht tschisch ich bin auf dem kopfmann ja